auf ein stück finde die steuerung nicht so schön deswegen machen wir uns zu fuß mal auf ja dann lade die welt oh was denn da oben los da gehen wir mal hin hier waren wir ja erst oder ich muss gerade mal auf die karte gucken nein auf die karte ne da waren wir nicht wir waren ja hier hinten das war die festung hier waren wir noch gar nicht dann gehen wir uns doch da unten mal umgucken gehen wir in den schleichen modus ach das ist eine brücke da oben da gehen wir trotzdem gleich mal hin damit ich sehe wenn ich entdeckt werde hab da immer so ein bisschen angst wenn da plötzlich irgendein Vieh um die Ecke gesprungen kommt aber da sind wir so langsam wieder kurze legs die hatten wir letztens gar nicht da oben steht einer ich weiß nicht ob es freund oder feind ist oh nein ist da runter da war da auch jemand ach jetzt bin ich schon wieder hier runter gefallen hier ist noch jemand da drüben war da noch jemand da nicht getroffen Mist ach die ist da unten da haben wir sie auch getroffen werden nicht mehr gesehen plündern wir die erstmal was hat der denn dabei eisern Dolch na super nichts brauchbares dann gehen wir jetzt wieder da hoch und schauen wir was der so dabei hat 15 eisenpfeile die nehmen wir doch mit ansonsten Pelzklamotten auch nur so ein Dolch kann man das ganz behalten irgendwas sieht uns da hinten läuft jemand aber die kraft springen ach die Krabbe da lass komisch was ist das hier was ist das ich will ja von irgendjemandem gesehen von den zwei Krabben da unten hast du nicht getroffen fuck you so jetzt aber ich will doch mal gucken was da ist eine Truhe oder sowas die Truhe da drüben hole ich mir noch aber wir halten uns jetzt hier gar nicht weiter auf würde ich behaupten sondern ja die Truhe wie gesagt noch und dann ziehen wir weiter würde mir nämlich gerne noch die Brücke da oben angucken und hier gehen wir dann irgendwann nochmal hin und gehen hier runter Steintür zu Fana Casa Cessul oder so ähnlich da ist ja noch ein Fass das holen wir uns auch noch oh was haben wir denn hier na super bis her geht's nein auch mehr nur ich bin so schlecht da drin ruhig oder unten naja nur noch drei Dietriche das wird wahrscheinlich nix nur noch zwei Dietriche am Anfang hatten wir so viele und ich habe alles verballert ja ihr habt keine Dietriche mehr ach leck mich doch am Arsch super das muss natürlich auch verschlossen sein naja gut gibt's hier unten Dietriche ja dann wird das wohl nix wir müssen erstmal wieder Dietriche besorgen ich will da oben über diese Brücke wo ist dieser Typ lang gelaufen den ich hier vorhin ganz kurz gesehen habe naja schalt mal die ich höre euch zu kaiserlicher Legionsreiter so hier runter ja halt schon mal hier über diese Brücke ach so das ist das Moment ähm ich will hier gerade was einstellen weil irgendwie hat er meine kompletten Videoeinstellungen gelöscht oh krass krass hier ok das dürfte das nicht mehr so extrem aufploppen das nervt mich nämlich aber dieses Spiel hat ja leider noch einige Bugs aber das ist nicht schlimm finde ich da gibt es Schlimmeres und was werden wir noch entdecken auf unseren Reisen hier durchs Land und jetzt in den Wald oh je Schlimmerenbrüche da oben läuft jemand da stellt sich jetzt wieder die Frage Freund oder Feind Quatsch da müssen wir hier hoch vielleicht ist es ja nur ein Händler oder so der jetzt auch zwischen den Städten äh hin und her pilgert aber vielleicht doch nicht wir schleichen uns mal ran lalalala damit auch unsere Schleichenfertigkeit verbessern ich will gerade mal gucken habe ich denn eigentlich noch meine Keybinds 3 ist das Schwert und 4 ist der Bohr ok jetzt sieht er uns grüß euch was ist nicht grüß euch oder soll ich nicht moin wer bist du denn was wollt ihr wissen wer du bist na einfach nur so ein gewöhnlicher Bürger ebt wohl nach Graufuchs fragen wir ihn jetzt mal nicht und es ist wieder so ein Schreien an dem wir uns buffen können glaube ich obwohl es gerade dann doch größer geworden ist das ganze größer als ich dachte vor allem wir gehen mal hin links habe ich was gehört aber wer bist du denn treffer auf jeden Fall böse ja böse shit nein die kommen jetzt eh runter wo kannst du denn hin wo ist er hingerannt der Nasenbär hat Schiss gekriegt und ist weggerannt dacht hier kommt er die Treppe runter dann laufen wir ihm mal entgegen er müsste dann irgendwo hier hinten lang latschen das ist aber schon nein da haben wir ihn schon aber wo ist sein dämonischer Freund den er beschworen hat das ist dann dabei ein Eisenfall Gift widerstehen ist auf jeden Fall wertvoll wiegen tut es nicht viel nehmen wir es mal mit gewandtes Magier das kannst du behalten golddurchwirkte Schuhe den hier noch mit und gut ist gut ich will jetzt trotzdem mal da hochgehen vielleicht ist der Dämon da ja auch verschwunden dadurch dass wir seinen Herr und Gebieter da umgeschossen haben und hier liegt auch nirgendwo meine Leiche dann kommen wir da hoch hier kommen wir dann wurden wir da von irgendjemandem gesehen mich sehen immer gleich alle ich sehe niemanden ein bisschen in den Nahkampf gehen hier geht es auf jeden Fall wieder irgendwo rein da war sie die alt keine Ahnung wo sie herkamen Dankeschön jetzt hat schon wieder irgendjemand gesehen ach da unten ach und du tust hier Feuerbälle klatschen guck mal her boah das hat er ausgehalten die Sau das aber nicht du hast nichts dabei das ist aber uninteressant so aber mal wieder ab auf den Weg wir kriegen das zumindest schon mal alles auf der Karte vermerkt wo ist dann der Weg überhaupt Karte da Steingrat sind wir bald hier runter ich tue mich immer mal wieder wenn sich die Musik so ein bisschen ändert was eure Akubatifelker nachdem ihr viel